Es sind, glaube ich, sechs Figuren, die ich versuche, nacheinander oder durcheinander zu spielen. Mit verschiedensten Kostümen und so. Ich bin ja nicht der Einzige, der sich Rollen spielt. Jonathan spielt ja auch. Wie spielst du eigentlich die Rollen, Jonathan? Äh, weiß ich nicht. Es ist eine Waffe, du musst die Führung übernehmen. So wie es im Moment ist, geht es nicht weiter. Also da reden wir jetzt gar nicht mehr nur vom Klima, sondern wir reden von sozialen Ungerechtigkeiten. In Deutschland und in der Welt und überall. Und dass die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen Ausmaße angenommen hat, die sind einfach zu krass geworden. Natürlich glaube ich, dass die Verhältnisse gestaltbar sind. Natürlich sind sie das. Zumal ich einen Systemwechsel schon erlebt habe. Also ich weiß, dass Menschen das schaffen, indem sie auf die Straße gehen. Es müssen nur viel mehr werden. Der Kulturbetrieb darf nicht zum Niedriglohnsektor verkommen.